Hallo, in diesem Video habe ich mir eine Aufgabe gestellt, den Flächeninhalt eines Fünfecks zu berechnen. Wir wählen ganz frei 5 Eckpunkte aus, A, B, C, D, E, verbinden alle 5 Punkte, die Koordinaten geben wir auch später an. So entsteht ein 5 Eck. Mit Herons Formel können wir aber den Flächeninhalt von einem Dreieck berechnen. Daher teilen wir unser 5 Eck in drei Dreiecke. Für diejenigen, die das erste Video nicht gesehen hatten, nochmal Herons Formel zur Erinnerung. Man braucht so ein Dreieck, bezeichnet mit den Punkten A, B und C und entsprechend gegenüberliegende Seiten A, B, C. Und man möchte den Flächeninhalt von diesem Dreieck berechnen. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Plusch die Zensuren ohne große Aufwand zu verbessern. Bis zum nächsten Mal.